Komm schon Leute! Komm schon Leute! Boah, ich hätte einen Schuss zum Zugetort sein, oder? Fuck! Geht schon Instinkt! Instinkt? Ja, ja, Instinkt! Ähm... Geht schon! Das geht nicht! Instinkt geht nicht! Oh! Na ja, ist eh besser so. Bin ich wieder kräftig am Abfällen da, hörst? Wenn ich mir erst einmal so Lette reinpfeifen. Oh, er darf vor, oder? Na! Das kannst du dir vorstellen. Ist das euer Ernst? Ah, Gott! Ja, der Ernst ist ernst, wenn es hart auf Ort kommt. Jetzt müssen wir erst einmal da runter. Dann werden wir das wieder so machen, dass wir da... Genauso wie der Erich, gell? Ja, ich? Vorne er, hinten ich, oder was? Genau, ja. Schraubenschlüssel manipulieren. So. Was ist denn das immer? Ja. Weil es Gefahr läuft, entdeckt zu werden. Nein. Ja. Okay, du Waschlappen! Hör auf, dir mit Sachen rumzuwerfen! Ich bin von der Pulte Zeit! So. Führt euer Gespräch. Hey du! Komm mal kurz her! Siehst du die Flasche? Was steht da drauf? Äh... Würzige Soße? Genau. Und soweit ich weiß, habe ich scharfe Soße bestellt. Keine feurige Soße. Weißt du, wenn wenigstens irgendwie ein Kontrollpunkt aktiviert worden wäre oder so? Scharfe Soße. Ja, das war Glück gewesen. War ja der Wahnsinn. 50 Mann im Alleingang erledigt. Meinst du, er wäre von der Schärfe dieser Soße begeistert? Wohl kaum, Freundchen. Wohl kaum. Leute, 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 ich sag's euch. Ja, mach das. Es ist schon 3 in der Früh. Ja. Irgendwas, das einem beschädigt. Fünf nach drei. Fünf nach drei. Ja. Und wir nehmen einfach schon seit sieben Stunden auf! Sieben Stunden? Ja. Blödsinn. Sieben. Mit dir, Alter! Wir nehmen schon den ganzen Tag auf, also 26 Stunden. Von 27. Von 27, ja, natürlich. Und bald werden's 30. So schaut's aus. Von 20. Genau. Ja, nein. Merkt man das überhaupt nicht, gell? Nein, nein. High voltage. Tschüss. Oops. I did it again. Scheiße. So was simples hab ich ja noch nie gesehen. Ja, dann schau nicht hin, Alter. Ich kann nicht nicht hin, Alter. So. Gleiches Prozedere haben wir ja schon gesehen einmal. Oh. Noch der ist da. Man sieht uns eh nicht. So, da haben wir das passende Bild wieder. Tod. Barbershop. Das heißt zwar totz, ich weiß aber trotzdem. Ja, ja, passt schon, ja. Todzdem. Todzdem. Ja. Jetzt haben wir doch, da steht einer. Das haben wir vorher auch gehofft. Schlaftablettis. Rush, 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 rush. Guck mal vor wie ein DASI. Ja, so in der Richtung. So, jetzt ist halt die Frage, wie wir das jetzt machen am besten, gell? Weil ich will ja schon irgendwie die Pizza vergiften. Ich muss da da mal umschauen, vielleicht gibt's da noch irgendwas anderes. Schauen wir mal. Wie sagt man so schön? Sollten leg dich nie mit deinen Tür an. Na, Fernseher. Da geht's auch noch unten. Okay, legen wir los. Fernseher. Na, na, hey. Ja, gar nicht schwer. Gar nicht schwer. Ja, ich bin entdeckt worden, oder was? Lenny ist auf dem Weg zum Friseurladen. Na ja, dann. Hallo Lenny. Hey, was geht? Yeah. Weißt du, so grüßen wir uns unten. Unten, unten in Chicago. Sie, Sie, Sie sind nicht klar gestrichen, was? Er muss am Leben bleiben vorher, dass da wieder der andere Kerret eliminiert. Sie, Sie kennen hier einen Platz. Tja, ähm, das mag ich an Friseuren. Wir machen, hör mal. Boah. Ja, zwei Schläfenschläge und dann, gell? Ja, jetzt hab ich ihn Lenny aber schon ruhig gestellt. Ohne ist ein Arsch. Können wir den irgendwo verstecken da dabei? Ich zieg's nicht rauf, ey. Eigentlich da aussehen. Geht nicht. Da. Wir werden ihn da hinten oben. Da. Ja, hinten rein da. Da hinten rein vielleicht. Ja, hinten rein da. Da hinten rein vielleicht, gell? so ein natürlichen sie kann ich in der Nähe Vögel wir haben einfach durch die Zeit zu giften was haben wir da ein Karsten alle Tika Kurs ist da unten wenn du da auf geht darf ich da alleine oder? oder doch? da ist auch Kursen da ist ein Typ da sind zwei die Bilder jetzt spielen hey, wo hast du denn die Klamotten hermann? von dem Obdach los? genau so, ganz unaufällig mhm, da war er, Dana ah, ah, ok, da schauen wir der kommt eh wieder rein wenn er reinkommt, wieder ein Stück von der Pizza nehmen schau mal was nicht? ja, das kann sein schauen wir mal weil es doch gleich so leise ist, gell? ja schönling hey, du schönling komm her, komm her ja, du bist gemeint ne Knight hey, du schönling komm her, komm her ja, du bist gemeint Und leise. Nur wenn man sich wegdraht, gell, Wahnsinn. Ja, du bist ja ganz der Coole, gell. Oh, Gas hier hat. Ja, so. Ja, so. Wie machen wir das jetzt? Geh um mit da, Kollege. Wenn er wieder rausgeht, können wir in dem Lager da hinten nicht ledigen. Ja. Du stinkst! Geh um mit. Gehen wir da irgendwo verstecken. Ja. Lenny entführen. Wenn wir jetzt gleich machen. Feuerzeugbenzin. Mich würde interessieren, warum ich eigentlich nie einen Beweis finde. Wenn du pfeifen willst. Wenn du pfeifen willst. Messer. Genau. Und der Bruder vom Nachtsicht gerät. So Lenny, my friend. Ah, fast, gell. Ja. Ach so. Nein. Lenny entführt. Komm her, Schnurrbart Heinrich. Piu. Piu. Handmenge. Verkürzte Zeit, die 47 zum Ruhigstellen von Zilem benötigt. Okay. Oh. Oh. Schön. Freut mich. Gehen wir weiter. Hope Klempner. Okay. Hätte mich noch als Klempner verkleiden können. Na ja, gut. An der Stelle werden wir wieder die Aufnahmesession beenden. Ja. Und werden das nächste Mal schauen, was wir mit Lenny anstellen. Mit dem kleinen Furzgesicht. Ja. Weil der uns ja hintergangen hat und alles. Genau. Und das werden wir das nächste Mal sehen bei Hitman Absolution. Oder Absolution. Oder Absolution. Oder Absolution. Von Outsider Gaming. Let's Play it. Genau. Adi und Edi, Alex und Martin. Let's Plays von morgen schon heute. Ciao, ciao.